und damit hallo und herzlich willkommen zum akademieaufstieg auch hier wieder fortgeschritten wenn ich diesen ball schon wieder sehe mein absoluter endgegner aber wir umschiffen ihn ok den können wir direkt nochmal neu starten weil durch den ball der mal wieder richtig fett im weg ist kann man natürlich direkt mal verkackt und die statue lieber hier vorbei da drunter da hoch das war aber mehr als die eine passage hätte ich wahrscheinlich würde ich nie wieder schaffen deswegen auch hier die devise selber erreicht uns erst mal auch hier wieder verdammt viele boards im weg sind wir hätten sie farblich ruhig auch ein bisschen mehr abgeben können 56 wir versuchen es lassen noch mal zumindest das noch mal auf eine keine ahnung 51 oder so kommen gold glaube ich nicht dran aber probieren geht über studieren hier ein bisschen es verkürzt mitnehmen wir kommen auf jeden fall durch das haben wir diesmal besser abgeschlossen da habe ich die kurve nicht eng genug genommen aus angst hat an so ein ding ranzukommen das ist quasi fast schon unmöglich da nicht hängen zu bleiben irgendwo da wir haben es jetzt gerade in einem ruck geschafft es ist sogar sehr viel schlechter geworden aber durch den einen speed kannst du förmlich fast nicht mehr ausweichen nichtsdestotrotz eine einem versuch geben an dem ganzen noch okay wir geben den ganzen noch einen versuch den speed hätte ich vielleicht erst mal weglassen sollen immer erst die kurve und dann spiel wieso bleibe ich denn jetzt an dem drachen hier hängen bin ich doch vorher auch nicht okay ich versuche es jetzt noch einmal wenn ich an dem drachen hängen bleibt ja dann war es das also nicht mal annähernd an gott die nächste strecke die ich nicht auf gold schaffen werde so hierdurch die wollen einfach aschen ja als ob er da an der seite vorbei rennt und trotzdem gold kriegen würde mein gott es hat gerade dreimal geklappt und viermal jetzt schon wieder nicht warum das spiel dumm ist ich bin doch nirgendwo dran hängen geblieben ich bin jetzt einfach in der luft an irgendwas hängen geblieben sagt ja dies heute ist seit der einen strecke ist leider da es tut mir auch wahnsinnig leid aber wenn ihr das selber versucht auf gold zu machen werdet ihr wahrscheinlich das problem an der ganzen sache verstehen und ich war definitiv nicht an der wand am hängen und da bin ich noch nie hängen geblieben gleich kommt wieder dieser eine schöne passage wo du ein speed kriegst und an der kugel wahrscheinlich hängen bleibt ja wir kriegen ja nicht mal das tor mit nee das schafft man nicht das schafft man auf gar keinen fall ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen ja bis zum nächsten würde ich sagen und dann hoffentlich ohne dass es so sollte wird aber die dinger hier die sind fast unmöglich trotzdem danke fürs zu sehen bis dann showt showt so